Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play the Division. Wir sind hier und wollen die Polizeistation mit in unsere Gewalt bringen. Arbeiten hier gerade daran, nicht entdeckt zu werden. Aber gleichzeitig diese Leute hier schon brauchen umzunieten. So, noch weniger. Die Donaten tüten hierbei. Oh, die war jetzt noch nicht zu kurz. Und die waren noch weniger. Schnell raus hier. Heilen. Das war knapp. Aber alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Ja, sie wissen, dass wir hier sind. Aber... Wieder einer weniger. Viele gibt es nicht mehr von ihnen. Jetzt möchte ich den da mal treffen. Dann hätte ich schon gewonnen. Aber naja, ich treffe nicht. So wie immer. Zack. Wieder einer weniger. Das Parkhaus ist sicher. Wir haben das Parkhaus einmal geklärt. So, sehen wir uns hier mal kurz um, ob wir hier Sachen finden, die wir benötigen könnten. Wie Medipacks oder sonstiges Clean Beam. Dann hätte ich nicht sehr vorrätig bei uns hier im Rucksack, wie wir sehen können. Aber hier gibt es irgendwie auch nichts. So, offensichtlich erwünscht. Aber hätten wir einen Benzinkanister gehabt, den wir hätten schön ummuten können. Aber ja, macht nichts. So, was gibt es hier? Eine Tasche. Ein explosives Geschoss. Naja, auch nicht schlecht. Ich hätte zwar gerne was anderes gehabt, aber wir nehmen auch das explosive Geschoss. Nun gehen wir auf Geiselsuche. Wir gehen jetzt weiter ins Stiegenhaus der Polizei. Ja, was gibt es hier noch? Irgendwas Interessantes? Nein, gar nichts. Gar nichts Interessantes für uns. Deswegen geht unser Weg hier hinauf. So, und öffnen. Öffnen diese Tür. Hallo, öffnen. Ah, jetzt. Gehen wir hinein. Warnung. Feinde in der Nähe entdeckt. Oder nur in der Nähe. Ganz egal. So, gibt es hier irgendwas, was wir brauchen könnten? Aufladen zum Beispiel oder sonstige Schmähfu? Nein. Ach ja, hier gibt es was. Den können wir öffnen. Den öffnen wir auch. Die Nahrungsmittelkonserve. Braucht kein Mensch, aber wir haben sie. So. Mal hier rüber. Zieh noch was. Und hier liegt mal ein Freund von uns. Okay, nicht gut. Das ist nicht so gut. Ist gar nicht gut. Was gibt es hier noch? Irgendetwas, das wir benötigen könnten? Nein. Okay. Verstecken uns hier. Abbewegen uns zum nächsten Unterschlupf. Einen von zwei. Zwei von zwei. Gibt es noch einen? Ich hoffe nicht. So. So. Sollten hier dann alle gewesen sein, oder? Hier drüber. So, zieh noch. Ah, eine Splittergranate. Oh, wir haben jetzt schon nicht sehr unbedeckt. Wir haben sie. Wir haben sie nicht wütend. Sei vernünftig und gib mir Zeit und sie rauszumachen. Hm, Schona. Oh. Ei, ei, ei. Alles blündern, alles blündern. Verdammt. Na gut, wir haben mal einen Schona bekommen. Und hier können wir wieder auffüllen. Wir füllen mit unsere Vorräte auf. Wir haben wieder volle Munition, aber leider noch keine. Keine erste Hilfe. Maßnahmen für uns selbst, okay. Hm, schade. Irgendwo können wir hier jemanden rausholen. Das machen wir jetzt auch gleich mal vorher. Liegen wir noch im Inventar unsere neue Schmuckstücke an. Hier haben wir neue Rüstung. Schona, Level 3, also Stufe 3. Yeah, wir werden besser. Wir werden besser. Zähigkeit bekommen. So, wo sind die Typen? Ich muss noch die Geiseln finden, hier. Und keine Geiseln. Füße hier raus. Meine ist Tür verschlossen. Einmal hier hinein. Zingumidipacks oder so. Irgendetwas, das wir für uns verwenden können. Einmal hier entwärmen, aber den werden wir auch nun verwenden. Hey, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich weiß nicht, wo Sie herkommen, aber ohne Sie wären wir geliefert gewesen. Danke. So, die zwei sind mal frei. Unsere F2-Freunde. Jetzt sehen wir uns hier noch rum, was es hier noch gibt. Diese Tür ist wieder verschlossen. Ich schaue uns mal die Zelle an. Oh, Klo und Bett für zwei Leute, okay. Etwas wenig, aber gut. Darüben war auch mal jemand drin, aber der ist schon länger frei. So, was gibt's hier in der Zelle? Ah, hier ein Rucksack für uns. Na, bitte. Was gibt's hier? Ein Erste-Hilfe-Set. Ja, sehr vernünftig. So wollen wir das sehen. So gefällt uns das. Mit unserer coolen Sonnenbrille hier im Raum. Natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir hier die Sonnenbrille aufhaben, denn es scheint hier die Sonne ist zum Umfallen. Ich kann das verstehen. Also, wenn es so hell ist, brauche ich die Sonnenbrille unbedingt. Ja, und dann ab. Das zweite Stockwerk. So, nehmen wir uns hier auch um. Was gibt es hier für uns? Eine leere Tasche, ein Christbau. Ah, ja, ja, hier wurde noch gefeiert bis zum Schluss anscheinend. Hier drin gibt's hier irgendetwas für uns. Ah, hier, hier können wir wieder was öffnen. Nahrungskonserve. Yeah, etwas zu essen. Fitnessraum, hier gibt's auch noch mal einen Rucksack. Hallo, Rucksack. Und? Ein Erste-Hilfe-Set. Ja, Erste-Hilfe-Sets sind sehr willkommen bei uns derzeitlich, denn wir verschwenden die ja wie, keine Ahnung, wie Hund ihre Leckerlis oder Katzen ihre Leckerlis, die sind ja da sehr, sehr verschwenderisch derzeitlich. Unterwegs. So, was gibt's hier? Wer ist denn niemand? Okay. Kohleautomat. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Bitte zum Tisch. Mal rundherum. Ah, hier können wir noch hineinschauen aufs UC. Okay. Ich hätte hier noch ganz schlimm angehört, oder? Diesen können wir ja. Das machen wir auch. Was ist hier? Hallo. Was liegt denn hier? Kann ich das nicht nehmen? So, aufmachen. Ich will das nehmen. Hallo. Hm. Okay. Ich hab's hier liegen. Gibt's hier auch unter der Port Stiege? Warnung. Feinde in der Nähe entdeckt. Ja, passt. Feinde in der Nähe. Zum Beispiel. Geh noch kurz hinein. Wenn wir die Stiegen hochgehen. Gibt's hier noch irgendetwas, was auffällig ist, was wir verwenden können für uns? Nein, hier gibt's auch nicht. Was ist denn ein Fernseher, wo die Nachrichten über diesen Virus laufen? Und nun? Einmal gestiegen hoch. Oh, hier liegt ein Freund von uns. Nichts auf der Porte. Oh, hier liegt ein Freund von uns. Ich weiß nicht, wo das Dollargift herstammt. Die Reikers wollen niemanden im Kraftwerk. Okay, ich kann sie hier aber nicht zählen. Wir sind nicht allein, Leute. Was mich nicht umbringt, macht mich nicht mehr. Ich hab das Gefühl schon, hier muss ich sein. Uh, der hat gesessen, der Träfer. Wir kämpfen hier nicht gegen Profis. Vorsicht! Ach Gott, du musst dieses dumme. Geh weg da. Warum schiebst du mich weg? Okay. Ah. Wirft dieses dumme Shield hier weg, verdammt. Shield, geh weg. Wie geht dieses Shield hier weg? Ich will deine Waffe. Eieiei. Ich hasse dieses Shield. So. Okay, hoffen wir mal kurz mit dieser Waffe. Warte. Ok, ich seh sie, ich seh sie, hier kommt einer, oder? Ah, hier ist einer. Ach Gott, wieso kann ich die Waffe nicht wieder wechseln, wo ist das andere Teil hier? Geht das weg. Ich hasse dieses Teil. So, erster weg. Da ist noch einer. Ups, das ist unser. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her, wo bist du? Ja, kommt auch. Penner. So, weg. Ich werde keine Waffe verwechseln, irgendwie geht das gerade nicht. Inventar, Waffe, danke. Ich will dieses dumme Shield hier wegbekommen. Ich will diese dumme Wasch und ich loswerden, das gibst du nicht. Oh, die haben mich. atar, wir haben mich, Knack. Wieder einer weniger. Junge D 沒有, da runter 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 runter. Und der nächste. So. Ja, keine Neustadtzone, schwer nicht. Okay ich will dieses dumme Teile weg haben endlich. Ust recht. Hallo, ich will die Waffe wechseln. So. Ah. Das sieht irgendwie weg. Ich finde es weckerben. Was gibt's denn? So. Ganz kurz. So. Ich will diese Schusswaffe. Ja, danke. Ich möchte dieses Teil nicht. So, was kann ich hier auswählen? Nix. So. Ich will dieses Teil loswerden. Wie werde ich dieses Teil los? Hallo. Das Teil weg. Ah. Wie mache ich das? Ich schaffe es schon wieder nicht. Ich bin einfach zu... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das da herkriege. Ja, geht doch. So. Jetzt die richtige Waffe wieder wegeln. Anlegen, anlegen. Ja, geht doch. So. Jetzt sehen wir uns hier nochmal kurz um. Tut mir leid, dass das jetzt etwas länger gedauert hat. Alles aber. Ich muss noch mit diesem Schild zurecht kommen. Ich weiß noch nicht genau wie. Das Schild nervt etwas. Es ist zwar nicht schlecht, aber es nervt in dieser Weise. Da wir doch der Sicht eingeschränkt sind, als auch in der Bewegung muss man zugeben. Ja. Hier eine Tasche. Hier holen wir uns mal eine Printkanate. Ja, eine Printkanate. Können wir gebrauchen. Da steht auch eine Tasche und die dürfen wir nicht mehr anschauen. Aber hier. Was gibt es hier? Oh, nichts. Gut. Das sagt er uns nicht. Ist auch okay. Muss uns auch nichts sagen. Geht es hier weiter? Nein. Hier ist leider die Tür gesperrt. Das gefällt uns aber gar nicht. So. Und hier würde es weiter gehen in die nächsten Stockwerke. So. Was gibt es hier alles? Hier fühlen wir wieder auf. Aber wir sind schon voll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haben wir das gemacht? Wenn wir das mal wüssten. So. Hier die Stufe hoch. So. Hier oben durch die Tür. Hier geht es weiter. Genau hier geht unsere Mission weiter. Und genau hier werden wir in der nächsten Folge ansetzen würde ich sagen. Diese Folge neigt sich dem Ende zu. Ich würde diese Tür öffnen. Warten wir hier kurz. Und sehen uns das ganze in der nächsten Folge. Und ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.